So Leute, Bitcoin hatte einen weiteren Pullback und im heutigen Video werde ich euch erklären, warum das Ganze passiert ist. Außerdem zeige ich euch ein paar super wichtige Charts, die alle darauf hindeuten, dass wir schon ziemlich bald eine entscheidende Bewegung für Bitcoin sehen werden. Aus diesem Grund schaut euch unbedingt das Video vom Anfang bis zum Ende an. Und damit willkommen zurück meine Freunde, mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man die Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke und dann lasst uns auch direkt mal loslegen. Was man jetzt auf jeden Fall sehen kann, ist, dass nachdem wir ein High bei 60.600 erreicht haben, gehen wir nach unten, die Bullen versuchen uns wieder nach oben zu drücken. Wir stoppen allerdings etwas niedriger und dann haben wir ein Pullback und zwar bis zum Rand der orangenen Box, wo wir jetzt gerade wieder sehen, dass wir einen signifikanten Bounce haben. Bitcoin ist also immer noch ein wenig unentschlossen. Wir müssen immer noch diese oder wir warten immer noch auf diese große parabolische Phase. Das ist allerdings vollkommen in Ordnung, denn wenn man sich das mal anschaut, kann man sehen, auf den niedrigen Timeframes halten wir immer noch den Trend intakt, dass wir also okay, gut, wir sind von diesem Kanal nach unten durchgebrochen. Aber trotzdem, wir haben hier an dieser Stelle ein neues Higher Low gemacht. Das bedeutet, das Low bei dieser Kerze ist zumindest mal etwas höher gewesen als das hier und natürlich haben wir auch ein neues High gemacht und jetzt gerade befinden wir uns auch noch über der orangenen Box. Wir haben also einige wichtige Sachen, die man beachten sollte. Auf dem Tageschart zum Beispiel haben wir diese ganz wichtige Trendlinie. Die haben wir jetzt geretestet. Wir sind also immer noch da drüber und haben dort Unterstützung gefunden. Das bedeutet, wir haben richtig wichtige Unterstützung, einmal bei der Trendlinie und natürlich bei der orangenen Box. Das ist also schon mal gut. Der Grund, warum wir allerdings gestern nach unten gegangen sind, das lag an einem Hebelflushout, was man hier nämlich sehen kann bei der Liquidation Heatmap. Hier kann man sehen, dass wir an dieser Stelle, vor allem hier, da haben wir richtig, richtig viele potenzielle Liquidierungen bei ungefähr, ja, ungefähr. Es hat bei 59.400 angefangen und dann kann man sehen, als wir einmal da gewesen sind, da haben wir einen Long Squeeze gesehen. Das bedeutet, Long sind liquidiert worden, weil die einfach zu viel Hebel benutzt haben. Und was ist die wichtigste Sache, die ich immer wieder gesagt habe, auch das letzte Mal, als ich mein letztes Video gemacht habe. Ich habe euch gesagt, seid vorsichtig mit Hebeln. In sechs Monaten, in drei Monaten, in einem Jahr, was auch immer, da wird Bitcoin einen höheren Preis haben. Aber bis dahin gibt es richtig große Volatilität, vor allem, weil wir das ganz, ganz wichtige FOMC-Meeting am Mittwoch haben. Und im Übrigen, am Mittwoch rechnet der Markt jetzt tatsächlich mit einer 59-prozentigen Chance, dass die Fed die Zinsen um 0,5% senken wird. Also um 50 Basispunkte. Vor ein paar Tagen waren wir noch bei 13%. Das bedeutet, der Markt wird momentan super optimistisch. Was bedeutet, dass die Leute definitiv auf Grundlage dieser Sache traden und viel zu viel Hebel einsetzen. Und selbst wenn der Markt bullisch ist, gibt es einfach zu viele Spekulationen. Das bedeutet, egal was Mittwoch passiert, selbst wenn es 0,5% werden, wenn wir eine Zinssenkung um 0,5% sehen, könnte es ein Pullback als Sales & News Event geben. Und wenn es nur 0,25% gibt, also in Anführungszeichen nur, dann werden natürlich alle diese Leute enttäuscht sein und der Markt wird noch negativer reagieren. Wir müssen also vorsichtig sein, denn auch wenn Bitcoin insgesamt super bullisch aussieht, aufgrund dieser ganzen Spekulationen am Markt und im Übrigen, das geschätzte Hebelverhältnis bei allen Kryptobörsen hat einen neuen Jahreshöchstern erreicht. Was darauf hindeutet, dass Bitcoin-Trader zunehmend mehr Risiken eingehen. Was kann da schon schief gehen? Naja, die Leute nehmen einfach zu viel Hebel auf, was unglücklicherweise bedeutet, dass selbst wenn ihr Recht habt, wenn ihr richtig liegt und der Markt geht nach oben, dann könnte es dazu kommen, dass wir vorher ein paar Pullbacks sehen und die Leute, die zu viel Hebel gehabt haben, die werden vorher liquidiert. Das bedeutet, selbst wenn die richtig gelegen haben, können die auf dem Weg nach oben liquidiert werden, aufgrund dieser Pullbacks. Und am Ende des Tages werden sie keine wahnsinnige Gewinnung gemacht haben, wie wir natürlich alle machen wollen, wenn Bitcoin erstmal zu 70, 80, 150.000 Dollar steigen wird. Deshalb, Leute, seid vorsichtig, das müssen wir unbedingt im Hinterkopf behalten. Dann, die traditionellen Märkte, die stehen kurz davor, ein neues hochzumachen und was hier interessant ist, ist, dass wir hier eine gewisse Trendlinie haben. Hier, schaut mal, ganz klar, wir machen zumindest lower highs. Da müssten wir also erst einmal nach oben durchbrechen, um eine schöne bullische Trendwende zu sehen, aber gleichzeitig kann man auch sehen, dass wir higher lows machen. Ganz, ganz klar, wir machen higher lows und wir machen lower highs. Lasst uns also mal abwarten und schauen, wohin uns das führen wird. Vielleicht werden wir hier eine gewisse Formation bilden, die für die traditionellen Märkte sich weiter ausformen wird auf dem Weg nach oben, aber ich denke trotzdem, selbst die traditionellen Märkte sehen gerade richtig gut aus. Jetzt, lasst uns mal weitermachen, wir haben nämlich diese Woche noch einige wichtige Daten. Wichtige Daten, das wird eine richtig große Woche werden, einmal die Retail Sales für die Vereinigten Staaten, dann haben wir am Mittwoch super viele Sachen, das FOMC Meeting, also den Zinsentscheid, die Pressekonferenz, die auch extrem wichtig sein wird, Zinsentscheidung der Bank of England. Dann Freitag haben wir sehr, sehr wichtige Daten aus Japan. Diese Woche wird super volatil werden und deshalb, ich sage es euch immer wieder, viel zu viel Hebel im Markt. Wenn ihr am Traden seid, wenn ihr Hebel habt, seid vorsichtig und versucht auf jeden Fall euer Risiko zu reduzieren. Jetzt habe ich einen richtig interessanten Chart mitgebracht und zwar alle Coins außerhalb von Bitcoin und Ethereum, also alle Coins, die kein ETF haben, die konsolidieren momentan durchschnittlich. Und was man hier auf jeden Fall sehen kann, ist, dass wir uns langsam aber sicher zur Wahl hin zu bewegen und wir haben einen Make-it-or-Break-it-Point. Wir laufen jetzt schon seit einem Jahr in dieser Konsolidierung und ja, es ist ein nach unten gerichtetes Dreieck, was normalerweise ein bärisches Pattern ist, aber auch die können nach oben durchbrechen. Und was jetzt die Wahrscheinlichkeiten angeht, würde ich persönlich sagen, ich glaube, sagen wir mal so, wenn Donald Trump gewählt werden sollte, dann brechen wir höchstwahrscheinlich nach oben durch, weil er ist auf einer gewissen Art und Weise ein D-Gen, ist bullish auf Altcoins, es wird einfach wesentlich mehr Optimismus am Kryptomarkt sein. Und für diesen Fall, glaube ich, es gibt eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir nach oben durchbrechen. Hat natürlich etwas damit zu tun, ob er gewinnt oder ob er nicht gewinnt. Aber natürlich müssen wir uns auf beide Seiten vorbereiten, auch dass wir nach unten durchbrechen würden, was bedeuten würde, dass wir ein neues Tief erreichen und generell für Altcoins neue Tiefs. Insgesamt glaube ich allerdings trotzdem, dass Bitcoin diese Rallye anführen wird, dass Bitcoin nach oben geht und dass erst dann die Altcoins folgen werden. Nicht allzu spät danach, aber schon etwas später. Hat natürlich auch etwas mit dem Timing zu tun, ob es jetzt vor der Wahl oder nach der Wahl passieren wird. Werden wir einfach mal abwarten, aber insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, für die Altcoins solltet ihr unbedingt diesen Chart hier im Auge behalten. Wenn es zu einem Breakout nach oben kommt, dann wird es auf jeden Fall dazu führen, dass, ganz ehrlich, es sieht meiner Meinung nach fast vorprogrammiert danach aus, als wollten wir hier nach oben durchbrechen. Jetzt, wo die Wahl bevorsteht. Aber wir müssen uns auf beide Szenarien vorbereiten. Wenn wir uns jetzt einmal Bitcoin anschauen, kann man sehen, dass wir gerade eine Art Riesenfraktal erzeugen. Die geht bis ins Jahr 2011 zurück. Also im Grunde genommen seit der Gründung von Bitcoin. Und hier kann man sehen, wir gehen nach oben beim RSI. Gehen nach unten, machen ein Low. Dann hier gehen wir nach oben. Und beim RSI, das ist nicht das Top für Bitcoin. Wir gehen nämlich weiter nach oben. Dann hier gehen wir wieder nach oben. Und das ist dann erst das Zyklus hoch gewesen. Dann gehen wir wieder nach unten im Bärenmarkt. Wir machen ein neues Low an dieser Stelle, auch beim RSI. Und danach gehen wir wieder nach oben. Beim RSI und auch für Bitcoin. Das hier, das ist unser altes Allzeithoch. Das ist nicht das Zyklus hoch. Dann gehen wir weiter nach oben. Und hier treffen wir wieder auf diese Trendlinie. Das ist das Zyklus hoch gewesen. Dann lasst uns weiter. Wir gehen in einen Bärenmarkt. Und genau das gleiche auch beim RSI. Wir sind hier auf den Boden angekommen. Treffen auf die Trendlinie. Wir machen einen Low für Bitcoin. Und dann gehen wir auch wieder nach oben. Wir haben also das Tief beim Bärenmarkt erreicht. Gehen nach oben zum alten Allzeithoch. Hier, auch das ist nicht das Zyklus hoch. Stattdessen gehen wir weiter nach oben. Wir machen ein neues Allzeithoch für Bitcoin. Und dann treffen wir wieder auf diese Trendlinie. Was bedeutet das, dass wir wieder nach unten gehen? Und jetzt schaut mal. Es sieht fast exakt genauso aus wie in den früheren Zyklen. Zyklus tief, Bärenmarkt tief. Beim RSI auch. Wir gehen nach oben zu unserem alten Allzeithoch. Wo wir gerade uns ja eigentlich mehr oder weniger sind. Wir sind wieder in der ähnlichen Position wie in den früheren Zyklen. Was alles nicht das alte Allzeithoch gewesen ist. Schaut mal. Hier. Wir sind wirklich fast genau auf dieser Stelle. Und die letzten Male, wo wir in dieser Fraktale gewesen sind, sind wir danach wieder nach oben gegangen. Wir sind auf diese Trendlinie getroffen. Und wir haben ein neues, massives Allzeithoch für Bitcoin erreicht. Das, meine Freundin, wird riesig für Bitcoin sein. Sollte das genauso sich ausspielen. Aber meiner Meinung nach wird es passieren. Das ist jetzt auf dem Monatschart. Das bedeutet, es wird noch mehrere Monate an buddhischer Preisbewegung geben. Zumindest laut dieser Fraktale. Jetzt haben wir über die Wahl gesprochen. Wir haben über Donald Trump gesprochen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, dass es wieder einen Anschlagsversuch auf Donald Trump gegeben hat. Und das letzte Mal, als das passiert ist, sind die Wahrscheinlichkeiten für Trump extrem nach oben gestiegen. Gestern waren es gerade mal 1%. Aber wir sind immer noch mehr oder weniger 50-50, 49-50. Es ist also ziemlich ausgeglichen. Wir werden einfach mal abwarten. Weil das wird auf jeden Fall einen großen Einfluss auf die Ergebnisse des Kryptomarktes haben. Und zumindest kurzfristig. Weil langfristig habe ich euch auch schon ein paar Videos gezeigt, dass egal, wer die Wahl gewinnt. Typischerweise führt es zum Gelddrucken. Typischerweise führt es dazu, dass Märkte wie verrückt nach oben gehen. Langfristig, also egal, wer gewinnt, wird es positiv für Krypto sein. Kurzfristig allerdings sollte der Sieg von Donald Trump viel, viel positiver sein. Im Großen und Ganzen war es das dann auch schon für das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen.